Vielleicht kommt sie noch mal raus. Die haben sich gerade direkt vorm Flugloch angepaart. Das war das Männchen und die Königin. Da fliegt sie. Mal gucken, ob die jetzt auch zurückkommt. Schlupf rein. Bleib mit ihr. Komm schon. Was ist denn das Wildbienen? Was ist denn dann so gut? Das sind Solitärbienen. Ich meine, eine Vespa sieht zwar aus wie eine Vespa, aber das sind Solitärbienen. Super. Das kommt auf die Webseite. Ja, nur mal eine. Schlupf rein. Die bringen da jetzt die Nahrung in das Nestchen rein und versorgen die Larve, die drin wohnt. Und sobald das Nestchen schlossen ist, sterben die Pyrchen ein. Und dann schlupft bald die nächste Generation. Dast hat das nicht so gut binnenkommt. Das ist natürlich handle von der Nahrung. Aber ich weiß nicht. Und da ist es dann